Moin moin weiter geht's mit einer neuen runde minecraft mein kumpel hat aus zeitentischen gründen keine zeit deswegen werde ich erst mal alleine weiter spielen viel spaß so da sind wir wieder wie gesagt ich bin heute alleine ich werde versuchen ein spawner zu bauen dass wir sehr leicht an erfahrung kommen weil damit wir uns ein verzauberungs tisch bauen können uns verzaubern können also wir haben jetzt schon ein wenig kleines bisschen weiter gemacht wir haben jetzt einmal schon einen weg zu den kühlen gebaut wie man sehen kann hier so haben wir uns hinten einen weg zu der insel gebaut da werden wir auch denke ich mal begradigen unser essen anbau und für die bäume nutzen ich werde dann mal nach unten gehen sieht unser haus nicht schön aus schreibt es in die kommentare ja mein kumpel ist der bessere bauer als ich der wert wenn das nächste mal wieder ist dran bauen so machen wir uns auf den weg ich hoffe ich habe jetzt alles ja das macht mir zu gefährlich und bock jetzt schon zu sterben jetzt müssen wir mal den eingang finden ich habe eigentlich eine das eine fackel kennzeichnet doch nicht da ist der fackel aber das hat wie gesagt ich werde es versuchen nicht in kein experte da drinnen wo ich das gekennzeichnet so als erstes werde ich mich glaube ich mal hier so ja sehr gut mal zu muss ich ja wohl nehmen technischer fortschritt und das scheiß weg 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 so ich kann nicht wie ich das am besten mache ja das abbauen ist jetzt eine blöde sache das wird wohl denke ich mal zeitraffer passieren alles klar wir sehen uns gleich geht's okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, weiter geht's, da bin ich hier. Ich bin jetzt mal schnell nach oben gegangen und habe mir Fackeln und Cleanstone geholt. Den Weg nach oben wollte ich euch nicht zeigen. Der hat fünf Minuten gedauert. Ich wurde noch angegriffen und alles. Das war zu viel nachher. Machen wir uns mal den Weg nach unten klar. Hier werden wir die Fakke platzieren, was das war. Das war gerade sehr klug. Das hier muss wegmachen. Man muss ein bisschen ordentlich aussehen, ne? Deswegen haben wir den Cleanstone ja geholt. Das ist schon ein bisschen ordentlich aussehen. Meiner Meinung nach. So, dann. Und man leiders. Zack, zack. Bitward. Wo denn? Na hier eigentlich nicht. Kann sein, aber weiß ich nicht. Schauen wir mal. Hallo. Tja, die Fackel geklaut. Bist du denn für eine? Das ist ja frech. Ich klaute die Fackel einfach. Wollte der Spocken. Dann haben wir hier oben auch den Weg frei. Da eine Fackel hin. Dann weiß man, da geht es runter. Hallo. Hallo. Ja, moin. So, jetzt. Wie machen wir das denn jetzt im Weg? Wollt ihr noch mehr sehen? Dann lasst ein Abo da. Gucken, ob das slow ist, wie ich mir das vorstelle. Zweifel da noch drin, aber warum nicht, ne? Man kann es doch mal versuchen. Was wir vorher noch mal machen könnten, schnell. Ne, ähnliche Wasserquelle. Nur kurz. Falls das Wasser nicht reicht. Nachschub holen kann. So. Da ein hin. Hallo. Warte. Noch nicht fertig. Da einmal. Da einmal. Da einmal. Da einmal. Sehr gut. Zweimal mit dem Stein auch nochmal weg hier. Ja, war klar. Ja. Ja. Müsste, glaube ich, auch eine weiter runter, ja, ne? Zack, zack. Okay. Oh, ja, moin. Da ist mal ein kleinstrum für Wendet. Tornig, das ist hier. Nee, das ist kaputt. Oh, ja, nicht gut. äh gleicher boden das stört mich so sitzen wir okay bringt ja nichts hier muss ne erb mal gespannt ob das klappt wenn ihr vorschläge habt wie man eine bessere macht könnt ihr gerne mir schreiben und für jede hilfe dankbar könnt ihr gerne mal hinschreiben ob ihr minecraft spielt wahrscheinlich ein minigame stadt langweilige staffel gucken dann dürfte so keine durchkommen außer spinnen aber das ist ja kein spinnenspawner theoretisch also das kein spinnenspawner spinnenspawner da kletzert doch schon das ist schon mal gut hallo ja das natürlich blöd denn scheiße so das war knapp kannst du nichts gegen machen so gucken ob das klappt wenn ich jetzt so mache da komm ich an da komm ich auch nicht an da komm ich auch nicht an so nun komm her na sehr gut über eine bewertung des videos würde ich mich freuen das klappt sehr gut das habe ich mir jetzt vorgestellt ich habe noch eine kiste dabei naja da ganz müll rein den ich nicht brauche alter macht nicht viel geräusche so so oh komm doch noch das lief doch besser als gedacht naja ist natürlich tag äh nacht soll das auch anders sein richtig muss das zumachen da ja moin also dann haben wir da sehr gut eingang machen das ist glaube ich ein bisschen besser von natürlich kein holz mehr nicht mehr zack 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 wie die tür weißt du so tschuk äh 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 mit dann da und da ist das nefes da komm nefes können wir hier lassen falls wir da mal rein müssen und was holen das machen wir zusammen so sehr gut das freut mich dass das so geklappt hat wie ich das wollte den 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 gut also ich würde sagen ich bin zufrieden so ich gehe mal kurz nach oben aber es gerade immer noch nacht hallo muss noch was anderes noch was anderes befindet sich nach oben nehmen schilder darauf auf dem spawne das ist ich sehe warum scheiße jetzt auf das gleich nochmal brechen erst mal das ich habe jetzt erst das ist mit vielleicht kann man dann mehr noch ach da gibt es noch mehr kriegen wir das eventuell hin dass wir nicht da jetzt noch so was macht noch einmal so so mal gucken so zu machen hallo test objekt verstehe er konnte nur dahin na ja und er aus hat müssen wir das halt noch bisschen zu eng so sehr gut sehr gut da kommen die sie sehr gut das läuft dann dahin das war's jetzt mal bewertet den part bis zum nächsten mal ciao ciao das war's mit einer weiteren folge von minecraft mountain hat dir das video gefallen dann lass doch ein like da wenn du noch mehr davon sehen willst dann zeige es und lass ein abo da bis zum nächsten mal ciao ciao